Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, Deine so sehr geliebte Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, Deine so sehr geliebte Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, Deine so sehr geliebte Brot. Selige Jungfrau Maria, heilige Mutter Gottes, wir verehren dich als die Vermittlerin des Geheimnisses, der Anbetung der heiligen drei Könige, denn du hast sie dem Jesuskind vorgestellt. O unsere Herrin und unsere Mutter, vermittle mir die Gnade, und beweise so, dass es dir gefällt, wenn wir dich als die Vermittlerin alle Gnaden anrufen. Bitte für uns, allerseligste Jungfrau und Gottes Mutter, auf das wir würdig werden der Verheißungen Christi, Herr Jesus Christus, unser Mittler beim Vater, du hast die allerseligste Jungfrau Maria, deine himmlische Mutter, auch uns als Mutter und Mittlerin aller Gnaden gegeben. Gewehre, dass alle, die dich um Hilfe anflehen, froh bekennen können, alles durch Maria empfangen zu haben. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken in deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria, mit dem Kind der Lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen.